herzlich willkommen zurück zu white knight chronicles wir waren gerade den fländerweg wie auch immer schweres gelände geht bergauf die falsche richtung wollen wir nicht laufen dann geht es weiter was erwartet uns hier neue gegner daneben giftfest das andere also nicht der wildschweine also doch nicht nur neue Komm, Lander, tau doch einmal drauf. Schön. So kann das doch weitergehen. Überall Kristalle, doch recht hübsch hier. Blumen, komische Bienen. Oh, ich war vergiftet. Das ist gut. Versuchen die Kamera zu drehen, wo man alles sieht. 66 Erfahrung, 66 Gold. Das ist ja cool. Ich muss mich nicht aufhalten, nur weil ich vergiftet bin. Weiter geht's. Ich muss mich doch nicht aufhalten, nur weil ich vergiftet bin. Guck mal! Du hast doch keiner Первertes Hey mir auf gehör mir lass mir die Sacco oder wie die wissen, ne? Ja, klar, ja. Alles. Komm schon. Perfekt. Was denn sonst gibt's Zauber? Die kommen aber immer so schön häppchenweise. Gut. Da gehen wir nicht lang, da geht's hoch. Die Gegner lassen sich deswegen auch raus. Ich wundere mich gerade. So, nochmal. Gibt dieser kleine Punkt über den Gegnern an, bevor man angreift. Das ist ja die Stärkenkategorie. Rot, grün und gelb ist hoch. Das ist der kleine Liga. Grün ist ein bisschen schwach. Und rot sind halt die großen meisten, die ein bisschen stärker sind. Und irgendwie sind alle Gegner gelb. Dabei ist das hier ja im Kindergarten rum. Und das geht für jeden Gegner einzeln. Nur weil der jetzt in der Gruppe ist, wird der aus Gelb eingestuft. Das ist einfach generell so. Und hier. Und jetzt hier lang. Ach komm, dieser Kasse gehen wir. Da ist noch eine Truhe. Wie man da hinten sieht, ein gelber Knubbel überm Kopf. Der kleine Knubbel. So, jetzt wäre er weg. Ace-Echsen, okay. Die sollen Mittel sein. Die machen mir elf Schaden. Kämpft der andere nicht mit? Wir kämpfen hier gegen ihn. Zack. Was passt davon? Ertet er sich nicht? Doch. Nö. Da hat nicht einen Treffer gemacht. Heiltrankstufe 2. Cool. Wir kämpfen nicht mit Heiltränken. Wir brauchen schon Heiltränke. Weiter geht die wilde Fahrt. Ola. 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 Neuer Gegner. Locken wir den mal hier raus. Und raus. Wie ein Eisriese. Wenn der andere ein Feuerriese war. Der ist blau. Könnte auch ein Wasserriese sein. Nee, ist ein Eisriese. Gern hier den kleinen erstmal verhauen. Nein. Nein, da ist mein Freund doch. Hi. Schön. Raus mit dem Heilen. Die hat er noch. Auf den Eisriesen. Ich hoffe, wie das rausgeht hier. Zaubert Gewitter. Zaubert Gewitter. Aua. Sieht aber auch cool aus. Nein. Oh Mensch. Jetzt habe ich keine Lust mehr aufstehen. Wagt er weg. Lohnts doch nicht. Nur für den hier. Ja. Kombo. Zack. Jetzt sehe ich genauso für fast ab wie mein Vorsteller. Nein. Ich hasse den Eisriesen. Ach. So jetzt. So. Nein. Ich häng fest. So. Ausgeprügelt. Sieht schlecht für dich aus, Eisriesel. Komm schon. Falzschlag. Autsch. Der war nicht, der war nicht gut. Ha! Aua. Schön heilen. Heil dich doch noch selber. Am Kampf machst du's nicht mehr. Ah. Habe ich ein Level abgesehen. Von Lenard. Das machen wir noch. Fetzigkeiten lernen. Oh, er hat sogar noch 8 Punkte. Dann kriegen wir ihn hier noch Verhältnissen. Halbmond. Diebgeprasselt. Hinterngriff. Niederschlag. Ne, Niederschmetterer. Oh ne, ist freigeschaltet worden. Entschuldigung. Ja, und dann nehmen wir noch Stöhlenstoß. 37 von 50. Neue Zauber. Neue Heilung. Neue Heilung. Mal gucken. Stummheit plus. Oh, Magie nehmen wir immer mehr. 20 Mana ist immer gut. So. Wir haben jetzt noch Himmelfahrt und Luftlanze dazu bekommen. und dürfen jetzt Sturm bei uns beibringen. Die Tage. Brauchen wir aber noch ein Level ab für. Haben wir noch ein bisschen Zeit hier. Guck mal hier lang. Das sieht länger aus. Oder war das nur die Sackkasse? Das kann sein. Ja, das ist eine Sackkasse. Aber guck mal, ob es hier was gibt, was man sammeln kann. Nee, hier sind keine Drohnen. Schade. Ja. War wohl nichts. Eisenries... Eisenriesenfußketten. Ah. Interessant. So. Im nächsten Part geht's dann in Richtung... Ah. Wie ihr seht... Soll es ein Fort sein? Na, egal. In die Richtung geht's aber erst im nächsten Part. Bis dann. Ciao.